herzlichen glückwunsch an alle leute und geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddoggambel heute ist mittwoch und ich spiele heute mecharena und ich würde mal sagen wir spielen wettbewerb so viel spaß bis gleich geht's ok die erste runde geht los wenn ich mit den eimisch zwei kids mache mit ihnen hier dann habe ich das an den einen erfolg dass er ich muss da okay kreis kreis Reise Okay, ein Klapper Okay, ein Klapper Okay, ein Klapper Jawohl Los, bitte noch zwei Kids So viel Nisch, nisch Nein Welche soll ich schießen? Ach Mensch Es kommt der da, oder? Diese Saudi Jawohl Sechs Kids Damit bin ich bestimmt Unter den besten drei Und hab auch die Runde gewonnen Zwei Pester Zwei Pester Okidoki Das war die erste Runde Bin immer weiter nach hinten gerutscht Nur zwei Pester und zwei Pester Egal, passt schon Wie viele Quests haben wir fertig? Ja Ok Und das Ergebnis Zwei Pester Gut, dann Gehen wir weiter einander Zwei Pester und der Die nächste Runde geht los Ach ne du So eine Miest So wir waren gerade stehen geblieben Mit den Arcaden Mit ihnen hier waren wir stehen geblieben Mit ihnen hier waren wir stehen geblieben Ok Och nein Einmal ins nichts geschossen Komm her Schnell 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 Und Jawoll Erster Kill Ne zweiter Schub Oh Oh Freu mich dahin geschossen Drei Zwei Eins Aus Jawoll Jawoll Ja Das ist 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 Jawoll 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 Das war mal mit einen Schuss in den Ofen krieg ich den hier noch das heißt also ich habe mindestens eine goldmitteilung mindestens eine ich denke ich habe zwei oder zwei zwei größe eine christmaschine wie viele quäste schön 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 dann das ergebnis ein punkt das verstehe ich nicht egal, ich bin da oben, das reicht mir gut, weiter geht's, nächste Runde und die letzte Runde vielleicht kriegt ihr dann auch den einen Erfolg fertig okay, ich meine den Erfolg Paragon und den hier noch einen Kill, 899 wenn ich den Kill jetzt mache, habe ich beim nächsten Mal beim nächsten Mal sowieso, ich werde es ja nochmal an einem Spiel ich habe dann beim nächsten Mal einen neuen Hangar bis dann, kommt jetzt die letzte Runde, viel Spaß okay, und die dritte Runde, die letzte Runde geht los und ja, erstmal mit ihnen hier weil da mein epischer Pilot drin ist ja, okie dokie und die dritte Runde geht los und die dritte Runde geht los Okay, meine Quest ist fertig. Was heißt meine Quest, mein ein Erfolg ist fertig. Die hab ich noch gar nicht gespielt. Ach nee. Das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's mehr. Genau, schön. Von allen Seiten. Ach. Schnell in Sicherheit. Schnell in Sicherheit. Ach. Verloren. So ein Mist. Eine Runde verloren. Zwei gewonnen, eine verloren. Und dafür ist mein Erfolg fertig. Das heißt, neuen Hangar. Hurra. Und die Quest ist auch fertig. Ich hab noch zwei Kids gebraucht. Sechs. Nee. Das war's. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Und sagen wir mal. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dann, bitte immer mit euch. Die Halloween. Bis zum nächsten Mal.